willkommen zurück zu gestation simulator weiter geht es hier in der zwischenzeit ist es schon wieder abends geworden fast schon nacht hier und jo ist wieder abgestürzt den helfen wieder mal mal wieder noch nicht angenau let's go ich war die sind gerade zwischen folgende du 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 du. also schon ziemlich weit entfernt und motor abkühlen Koppeln wir mal, dass der Tank noch hält. Aber wie weit ist der denn noch, ey? Krass. Keine Ahnung wie das passiert ist. Die Kamera ist so blöd. Da komm ich nicht rande ganz. Ja jetzt, komm komm komm, zieh. Jetzt vollgas. Zur Langebahn. Wenn ich da oben drücke jetzt die Kamera, geht die so nach oben runter. Komm, zieh, zieh, zieh. Ja. 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 So, wieder hier einmal hin. Ja. 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 Oh Ich lebe bei uns auch nur so ein neues hier Oh, ein Loch repariert, dann ist gut Ich sehe, dass du dich vorbereitet hast Das ist ziemlich beeindruckend Seitdem du bereits einen Dispenser hast Ich könnte auch etwas Refueling benutzen Was ist denn so? Ach, danke Kann man nicht haben? Danke Nicht mal Drücke eh, um mit dem Laderaum von Joes Luxe zu interagieren Ja da Adoptieren Eww Eine... Rewprint erhalten Keine Bereiche, die liegt zur Verfügung zu stellen Aber wie ich schon gesagt bin, musst du nie einfach zu geben Ja So Nimm mal schwer das mal Jetzt finde ich jetzt auch nicht viel schwieriger Was ist denn der Schuss? Ich bin jetzt nicht viel zu Hause Wieso ist das denn? Wieso ist das denn? Ich gehe jetzt noch nicht mehr zu tun Aber ich gehe jetzt noch nicht mehr zu Hause Wenn ich mich nicht mehr zu Hause Ich gehe jetzt noch nicht mehr zu Hause Wieso ist das so schwer? Obwohl ich gar nichts mache, bewegt er sich ziemlich immer hin und her, das Flugzeug. Hä, wieso passt das denn nicht? Ich verstehe nicht. Ne, dann links, links, links. Jetzt ist es doch nicht so einfach. Jetzt, sehr schön. Ich bin jetzt zurück zum Pusche-Bereich. Ach, wir haben ja so viele Leute, ich habe ja gar keiner angeklappt. Ja, jemand an die Kasse stellen, tanken. Kasse. Dann schon reinigen. Und Eis-Stand. So, Landbau 1 ist jemand da. Erstmal handeln, dann tanken. Ich drücke X zum Intergenerator. Ja, ich hatte nichts, was tut mein Lautes, sorry. Da werden wir ein Bauplan. Ja, hier bestimmt noch. Upgraden, wir brauchen nicht genug Bauplänen. 1 von 2. Wir bauen ein Bauplan. Ich habe einen Austria, ich habe keine Ingenieur gebeten lassen. Oh, ich denke, das ist derئwste. Ich hatte einen Piloten. Ich hatte die Zigarette mit mir an. mhm ewig zuhört ja wir kaufen mal so ein paar Waren Tränke und die 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 automatische waschanlage wird geiler die 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 Da kommt gerade rein, ok. Ok, Flugzeug in Sicht. Nächstes kommt ein paar Minuten wahrscheinlich. Nächstes, Kattus, ouch, ouch. Was another good? Oh. 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 Wir warten auf das nächste Flugzeug. Und nebenbei einfach mal was anderes machen. Ja, schnell. Er kommt. Er zieh mich nicht. Ja, nicht geschafft. Doch. Keine Kraftstoff mehr. Hm. Ähm. Ähm. Was macht eben da? Ja. Also weil der am Reinigen ist und weil er einfach hier stehen. Ja. Kann man auch falsch verstehen. Ähm. Ich vergesse dich immer mehr. Ich vergesse dich immer mehr. Lieber nach Hause. Kraftstoff habe ich keinen. lysten. Du, 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 du.. ok in landebahn 1 ist jemand ach schade Okay, mal schauen. Erstmal tanken. Nein, du bist ein Experten. Ich habe kein Cold Beer. Was hast du hier? Fuchon? Warte mal einmal, nicht? Kolumbian Kaffee, ja. Versuchen wir mal 10 Stück. Das ist wichtig. Deko. Noch was für unterwegs. Wie ein Süßes. Ja, easy. Dankeschön. So. Nächste. Beim nächsten krieg ich eine Blautausse. Sehr schön. Dafür will er aber sowas haben. Super Shine. Was ich nicht habe. So nehmen wir. Iiiiiiiiii. Dann. Schnell was geht? Und irgendeinen, denkst du. Super Shine, ja. Dann nehmen wir was anderes noch mit. Eis. Eis geht immer. Hier rücken. Alkohol. Habe ich überhaupt genug Geld? 824? Ok, noch nicht. Jetzt. Ah krass, Stopp ist jetzt, ne? Ja. Gleicht. Wenn ich selbst dann wirklich noch... ...kinket. Hm. Äh, 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 äh. So, meine Produkte kommen. Oh, das heilt sie auch schon da rum. Oh, das heilt sie auch schon da rum. Und dann doch noch... ...kann, ah, äh, äh, äh... ...kann, ah, äh. ...eht, äh. ...kann, ah, äh, 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 äh. Oh Gott. Oh. Bis zum nächsten Mal. Ja, noch eine Minute, bis das Flugzeug kommt. Warte, wenn ich jetzt noch mal abkomme. Hm, kürzer. Na ja, waren die nicht mal bezahlt alle? Ja, Eis stand so gerne. Ja. Oh. Oh. Mhm. Kommt keiner? Ja. Ja. Oh, jetzt kommt. Okay, let's go. Piep, piep. Okay. Ah. 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 Und schulde mich weg. Aus Argentinien. Hm. Oh. Moin moin. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Du bist nicht... Benzing. Egal. Nö. Ich weiß, was nicht besonders ist. Bun... Bunoyas Wein. Hörst du mal. Ach, hörst du mal. Das habe ich ja das haben. Und du musst hier noch? Ein bisschen Kekse. Eis geht ihr immer. wir sehen uns und hoffen wir sehen uns auch in der nächsten folge wieder ist und